Sparke Ich habe mich schon gefragt, wann du ankommen würdest. Erst umsehen, dann sprengen, Ilara. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Hässchliche Ohren. Okay. Äh, John war der Infizierte, wurden von dunklen Meier. Okay, das könnte jetzt... Da? Ja, warte mal, vielleicht gibt es irgendwas noch? Nein, okay. Sieh nicht hin, Cadog, es scheint da sowas wie ein Spinnenproblem zu geben. Ah, super. Noch mehr Insekten. Ich mag Spinnen. Ja, aber dein Cadog nicht. Dein Cadogs. Die haben wir von Kellogs. Ein echtes, uraltes Verlies. Ja, aber lass uns jetzt diesen... Da! Ein Bürger von David. Ähm, worauf warten wir? Tun wir, wofür wir bezahlt werden. Ah, danke. Danke. Ja, es kommt jetzt kein Geld. Ähm, kannst du das irgendwie kaputt machen oder so? Ne, aber dahinter ist... Nichts. Doch, zwei Uhr und dann... Ach, sag ich doch, kein Sklapp. Perfekt. So. Ach, das ist... Ich hab mich schon getroffen. Ich war auch nicht getroffen. Ah, da ist der Typ. Da schleicht die Olle, schnudelt sich ran. Hey, kann ich jetzt da bespunen. Die Vagar hatten alle meine Liebsten dahin geschlachtet. So kam ich hierher, um sie zu töten. Ich habe mich hier behauptet in diesem Vorsaal. Oh, kalapparig hast du. Ihr Stahl drang durch meine Haut, aber ich tötete weiter, bis die Stille sich ausbreitete. Nur ich stand noch. Dort meine Wunden waren zu tief. Ihr, die ihr meinen Kampf fortführen mögt, die diese üblen Vagar-Bestchen töten mögt, seht dort, wo das Feuer ewig fällt. Dort könnt ihr erkennen, wo ich meine Schätze verborgen habe. Verwendet sie wohl. Der ist Rage, meine ich so. So, was der, die olle Schnute ist, sagt, ich hab mich nicht so ganz hingehört. Egal nicht. Egal, gehen wir weiter. Wahrscheinlich irgendwie wieder ein Feuer entzünden oder so und dann öffnet sich ein geheimtür und dann hat man tausend Schätze oder so. Ich hab ihn gefunden. Ach, den hab ich gerade befreit. Und da ist das Feuer, das wir anscheinend brauchen, war da irgendwie eine Fakt... Warte mal, da hinten war, glaube ich... Schon mal mal. Da hab ich doch was gesehen. Da war ne Fakt, ja. Ich kann er nicht durchschießen. Warte, auf und sorry. Weitergehen. Werke, hier. Ich mach mal. Zornelung. Wolle wieder Feuer. Okay. Warte mal, das brandt schon mal. Schau mal da runter. Kann ich nicht mehr. Recht. Soll ich den abschießen? Nein. Wohl doch, weil dich... Neuheit bückte sich. Bombs. Na, wie sehr, helfen die jetzt schneller, die Idioten? Gehen wir weiter. Gott. Wenn wir ihnen helfen, laufen sie jetzt schneller. Ich verstehe, das sieht aus wie ne Trap. Oder vielleicht auch nicht. Push fest, aber Sklave. Nicht stehlen, schieben. Oh, wie stark. Oh, zeug ich nicht mehr alles. Ein bisschen... Oh, Lebensfluch. Der hat wieder Aufladungen. Schön. Gefällt mir. Gut. Jetzt brauchst du doch Hilfe, oder was? Guck mal, da frisst wer. Wollen wir ihn stören? Vielleicht. Der meint er, der ist lustig. Komm mal glaub's. Da wegt ich irgendwie schwul. Der weiß nicht so, was er tut. Oh. 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 Da ist man da gerade eben noch dicht. Ah, wo schießen die denn? Irgendwo schießt da jemand. Oben. Ah da. Hallo schon. Komm. Ah ja, Qua, der stirbt. Ach so, da ist ein Brach. Sackgott. Komm. Ah ja, Qua, der stirbt. Komm. Töte ich ihn. Ah. So, okay. So, da ist er gut. Da braucht er immer mehr. Was ist immer noch mehr? Ah, da kann man andauernd welchen. Ich hab ein bisschen Delay. Aber ich hab ein bisschen Nervenzusammenbruch. Weil die Typen hier gerade von allen Seiten erfolgen. So. Noch wer. Hallöchen. Kollege. Bums. Das Gesicht, wie ich mal sage. Ich bin ne Rüstung irgendwie. Okay. Yay. Warte da. Rechts. War noch. Was für dich. Also so ein Waffenstandard. Und kurz. Genau das recht. Ein Eimer. Mein alter Schild war schon etwas angetrenzt. Mehrere Eimer. Okay. Kann ich nicht abschießen. Hast du dir ein Waffenstandardgrund? Oh, du bist schon da oben. Heiltrank. Pfeile. Oh, hier geht's nicht weiter. Prima. Prima. Hm. Hm. Jo. Weiter geht's. Ähm. Ich war noch nicht durch. Äh. Egal. Ich war noch nicht ganz durch. Also ich, logischerweise müsste ich jetzt auf der anderen Seite einnehmen. Ja. Zum Thema Logik. Ähm. Von wo kommen wir überhaupt noch? Maxi-Karrenchen! Jetzt! Da hab ich keinen Raum. Traum. Stirb. Was ist noch da? Ich hab mir lange gebrannt. Was sind das eigentlich für Idioten? Was ist denn das eigentlich für Idioten? Was ist denn das eigentlich für Idioten? Ja. Jetzt komm. Das ist ja jetzt nicht mehr. Das ist ja jetzt nicht mehr. Das ist ja jetzt nicht mehr ernst. Ja. Scheiß-Arme. Und. Da muss ich abstehen. So. Mal einen Halt-Tank nehmen und gleich wieder einnehmen. Oh. Was seh ich? Was seh ich? Was kommt jetzt bitte? Oh man. Schon wieder so ein Fritze. Ich verklärt mich. Scheiße. Ähm. Ich glaub. Der hat mich gesehen. Nein. Ich glaub. Oh. 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 Du Dis sudden riecht ich will denen geht. Oh nein, ich meine mittegnung. Hier wird damit peacock. Boah, ich muss jetzt erst. Uuh, ich habe wieder mehr geschafft. Warte, Cadoc. Ich möchte wirklich nichts Wertvolles zurücklassen. Ja, will ich aber auch meinen. Wir schauen uns jetzt erstmal um. Gibt's da unten? Crap. Hier kann man ja überall noch Zeug farmen oder so. Das zeige ich dir gleich. Wahrscheinlich verpassen wir hier gerade. Also hätten wir hier voll die Epiken erst verpasst. Schau mal, kriegst du eine verzauberte Waffe. Da sind wir, glaube ich, gekommen, wenn ich mich nicht täusche. Hier gibt es ja vielmehr eine Tür. Komm her. Hab was gefunden. Wo bist du? Äh, wenn du reinkommst, links. Wo bist du? Warte, komm mal. Komm mal wieder da in die Mitte. Ach da. Und was ist hier? Dunkelheit. Cracker. Auch gut, dass man so viel sieht. Na, du hast eine leuchtende Waffe, das erleichtert ist. Kristall. Ach, der ist schon wieder. Okay, passt. Dann war es noch einer. Dann entschuldige ich mich für diese greedy Einstellung. Ich habe eine verzauberte Waffe schon bekommen, also fast schon. Okay, auf der anderen Seite geht es auch noch lang. Da sind wir noch gekommen, oder? Ach ne, wir sind da vom Ding gekommen. Vom Tor. Warte, 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 warte. Warte, warte, hier geht es noch hoch an der Seite. Da ist noch ein Totenstern. Wow, 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 wow. Wow, wo bist du? Hier oben. Jetzt ist auf so komische Moves zu machen, Frau. Zu langsam. Ich war einfach zu langsam.